Dieser wunderschöne Ford Tuneo Kurier Titanium könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Schiebetüren links und rechts bieten leichten Einstieg. Hinten finden bequem drei Passagiere Platz. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze bieten viel Komfort und eine erhöhte Sitzposition. Fußmatten gibt es natürlich dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Kurier schützt Sie mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und Isofix. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört auch ein USB- und eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Tourneo Kurier Titanium und seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.